Bei Nintendo ereignet sich Historisches, bei Starfield wird sich ausgerechnet über das Hauptmenü gefetzt und Ubisoft kann sich über die neuesten Entwicklungen im Activision-Blizzard-Deal freuen. Moin zusammen, Lenny wieder hier, immer noch aus unserem schmelzend heißen Studio und mir ist aufgefallen, ich hab keine kurzärmdigen Hemden, aber mindestens genauso brandheiß sind unsere News. Starten wir rein. Die News werden euch heute präsentiert von den MSI-Grafikkarten der GeForce RTX 40er-Serie, die sich durch optimale Kühleigenschaften und Nvidias Raytracing der neuesten Generation inklusive der KI-Beschneunigung DLSS 3 auszeichnen. Danke für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News. Das Ende einer Ära bei Nintendo. Charles Martinet, der Mann, der seit 1991 Super Mario seine Stimme lieh, wird das ab sofort nicht mehr tun. Nach über 30 Jahren hängt der 67-jährige Schauspieler die Latzhose und die rote Kappe an den Nagel. Das gab der amerikanische Nintendo-Account auf Twitter bekannt. Charles Martinet war für lange Zeit die Stimme von Mario, in Nintendo-Spielen seit Super Mario 64. Charles übernimmt jetzt die Brandneurolle des Mario-Botschafters. Mit dieser Veränderung tritt er davon zurück, Charakterstimmen für unsere Spiele aufzunehmen, aber er wird weiterhin durch die Welt reisen und die Freude von Mario teilen und mit euch allen interagieren. Einen offiziellen Grund für Charles' Abtreten gibt Nintendo nicht an. Es könnte aber sein, dass der aktuelle Schauspielstreik in den USA dabei eine Rolle spielt. Wir sollten in den nächsten Tagen aber doch mal Videobotschaften von Charles und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto bekommen. Dass der hüpfende Klempner eine neue Stimme bekommt, hatten einige Fans übrigens schon seit dem ersten Trailer für das neue Super Mario Bros. Wonder vermutet. Hier kommt auf Social Media die Frage auf, ob da nicht schon jemand anders die Rolle gesprochen hat. Ein neuer Schauspieler wurde aber noch nicht offiziell bekannt gegeben und so wissen wir auch nicht, ob am Ende nochmal Charles das letzte Mal seine Stimme für Mario Bros. Wonder verleiht. Das Spiel erscheint am 20. Oktober. Ausgerechnet über den Menübildschirm von Starfield bricht auf Twitter gerade ein Streit aus. Das Hauptmenü von Bethesdas kommendem Raumabenteuer ist nämlich geleakt, was den ehemaligen World of Warcraft-Director Mark Kern zu einigen gehässigen Kommentaren veranlasst. Weil das Menü eher simpel aussieht, schreibt er, Der Startbildschirm eines Spiels kann viel darüber aussagen, wie gehetzt ein Team war und wie stolz sie auf ihre Arbeit sind. Starfields Menü zeigt entweder gehetzte Deadlines von einem überarbeiteten Team oder ein Team, dem es einfach egal war. Weiterhin sagt er, dass solche Menüs oft erst ganz am Ende einer Entwicklung entstehen würden, und sich häufig kurz vor Veröffentlichung nochmal ändern. Teams, die stolz auf ihr Werk sind, würden hier ihr Bestmögliches zeigen wollen. Ganz schön harte Worte. Und mal ehrlich, würdet ihr die komplette Qualität eines Spiels nur anhand eines Startbildschirms bewerten? Das sieht auch Bethesdas Head of Publishing Pete Heinz so. Und er antwortet Kern, oder die Entwickler haben einfach designt, was sie wollten. Und das hier ist schon seit Jahren unser Menü und eine der ersten Sachen, auf die wir uns geeinigt haben. Eine Meinung zu haben ist eine Sache, aber die Sorgfalt eines Entwicklers in Frage zu stellen, weil du es selbst anders gemacht hättest, ist höchst unprofessionell, wenn es von einem anderen Entwickler kommt. Das andere Entwickler steht dabei übrigens in Anführungszeichen. Starfield hat vor kurzem den Gold-Status erreicht und auf Xbox und PC könnt ihr es aktuell bereits vorinstallieren. Das Spiel erscheint am 6. September, exklusiv für Xbox Series, Game Pass und Computer, mit früherem Zugang am 1. September für die Käufer der teureren Premium-Edition. Die Nominierten für die Gamescom-Awards stehen fest. Wie jedes Jahr kürt die Kölner Messe auch 2023 wieder die besten Spiele für PC und Konsolen, die vor Ort vorgestellt werden. Und ihr könnt dafür abstimmen. Dabei treten die Kandidaten in 16 verschiedenen Kategorien gegeneinander an und werden gemeinsam vom Publikum und einer eigenen Jury gekürt. Kleiner Disclaimer dazu, die GameStar-Mutterfirma Verbedia ist Mitglied im Branchenverband Game, der die Gamescom mit ausrichtet. Als offizieller Medienpartner begleiten wir die Messe und unsere Digital Publishing-Chefin, Ray Grimm, ist dieses Jahr Teil der Gamescom-Jury. Bei den Nominierten für die Gamescom-Awards handelt es sich um vielversprechende kommende Titel, die ihr traditionell auch vor Ort in Köln anspielen könnt. Die meisten Nominierungen sahen dieses Jahr Armored Core 6 ab, das insgesamt in sieben Kategorien gewählt werden kann. Dicht dahinter mit vier Nominierungen das bereits erschienene Zelda Tears of the Kingdom. Zu den Kategorien zählen unter anderem Best Visuals, Best Audio, Best Gameplay und das Most Wholesome Game. Außerdem könnt ihr für das beste Spiel nach Plattform und den besten Messeauftritt abstimmen. Das geht entweder in Köln mit den QR-Codes in den Hallen oder ganz bequem auf gamescom.de. Die Abstimmung beginnt heute Abend mit der Opening Night Live und endet am 24. August um 14 Uhr. Alle Nominierten und die Links zur Abstimmung findet ihr auf GamePro.de. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da hab ich euch den Link reingepackt. Und während für die Gamescom heute Abend erst der Startschuss fällt, ist in Köln die DEFCOM fast schon wieder zu Ende. Die Entwicklerkonferenz, die traditionell im Umfeld der Gamescom stattfindet, ist für Spieleproduzenten ein Anlass, sich zu treffen, Vorträge zu hören und Wissen auszutauschen. Einen dieser Vorträge hielt die Tage auch das Team hinter Returned to Monkey Island, der lang erwarteten Fortsetzung des beliebten Piraten Point & Click. Geladen waren unter anderem Ron Gilbert, Dave Grossman und David Fox, die alle zusammen an vergangenen Monkey Island Titeln gearbeitet hatten. Danach gefragt, wie es dazu kam, dass sie 13 Jahre nach dem letzten Serienteil nochmal eine Fortsetzung machen, gab Gilbert ein paar interessante Einblicke. Offenbar hatte er sich 2019 auf der PAX mit einem der Gründer von Devolver getroffen, der ihm von seinen Kontakten bei Disney erzählte und dass er vielleicht die Rechte an der Monkey Island Lizenz bekommen könnte. Disney hatte 2012 LucasArts übernommen, das verantwortliche Studio hinter Monkey Island. Gilbert sei daraufhin ins Grübeln gekommen und nach einigen Absprachen mit Dave Grossman stand sein Entschluss fest. Ja, er wollte ein neues Monkey Island machen. Aber nicht nur das. Die Sache ist, ich wollte nicht einfach nur ein weiteres Monkey Island machen. Ich wollte sicher gehen, dass wir auch etwas zu sagen haben. Und nachdem Dave und ich das Wochenende damit verbracht hatten, alles durchzuplanen, dachte ich mir, okay, jetzt haben wir etwas. Das ist eine interessante Story. Danach brauchte es wohl noch ganze 9 Monate, bis Devolver tatsächlich die Lizenz von Disney bekommen konnte. Genug Zeit für Gilbert und Grossman, um ein ganzes weiteres Spiel zu bauen. Das Thimbleweed-Park-Spin-Off Dolores. Verletzt fühlte sich Gilbert wohl später von den teils negativen Reaktionen auf den Artstyle von Return to Monkey Island. Das negative Feedback zu hören hat auf jeden Fall wehgetan. Aber ich war vollkommen sicher und wusste, dass das Kreativ-Team genau das gemacht hatte, was ich wollte. Am Ende wurde Return to Monkey Island ein kritischer Erfolg und verkaufte sich blendend. Mit über 100.000 verkauften Einheiten allein im ersten Monat. Nach dem großen Kino-Erfolg von Uncharted wissen wir schon seit einer Weile, was der Regisseur des Films, Ruben Fleischer, als nächstes plant. Nämlich eine Filmumsetzung des PlayStation-2-Jump'n'Runs Jack & Dexter. Nun wurde auch bekannt, wer die titelgebenden Hauptrollen spielt. Und das Ergebnis ist wenig überraschend. Tom Holland, der in Fleischers Uncharted-Film den Nathan Drake gab, übernimmt demnach die Rolle vom blonden Jack, während Chris, Super Mario Pratt, seinen fälligen Begleiter Dexter spielt. Die Info stammt von Filmindustrie-Leaker My Time to Shine Hello, der sich in der Vergangenheit vor allem zu Marvel-Filmen geäußert hatte. Ihm zufolge wird der Film dabei eine Live-Action-Adaption und nicht animiert. Erstmals geäußert zu einem Jack & Dexter-Film hatte sich Regisseur Fleischer schon letztes Jahr während der Promophase für Uncharted und auch Tom Holland hat in einem Interview mit Gamespot erzählt, dass er sehr gerne Jack spielen würde. Seine Formulierung damals war eine komische und düstere Live-Action-Version. Wir können also vielleicht davon ausgehen, dass der Film eher finster wird. Vielleicht würde so eine Filmumsetzung außerdem ja auch den Weg freimachen für ein neues Jack & Dexter-Videospiel. Sowas hatten wir schließlich seit The Lost Frontier von 2009 oder der HD Collection von 2012 nicht mehr. Und dann noch ein Update zu den anhaltenden Gerichtsverhandlungen um die Fusion von Microsoft mit Activision Blizzard. Mit einer überraschenden Entwicklung für Ubisoft. Denn der Assassin's Creed Publisher soll jetzt die Streaming-Rechte an allen Activision-Blizzard-Spielen erhalten. Im Mai war der Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft ja von der Europäischen Kommission offiziell durchgegangen. Nun bleibt nur noch eine Kartellbehörde übrig, die den Deal blockiert. Die britischen Kartellwächter der CMA. Die hatten die Fusion bereits im April untersagt und veranlassen nun ein endgültiges, weltweites Verbot für den Deal in seiner aktuellen Form. Eines der Hauptargumente dabei war von Anfang an, dass Microsoft durch die Fusion mit Activision ein Monopol auf dem Cloud-Gaming-Markt für Spiele Streaming erhalten könnte. Diese Bedenken versucht der Windows-Konzern nun beizukommen, indem er genau diese Streaming-Rechte an Ubisoft abtritt. Die Cloud-Streaming-Rechte für alle existierenden und kommenden Activision-Blizzard-Spiele der nächsten 15 Jahre sollen jetzt an den französischen Publisher geben. Damit wäre Microsoft dann laut eigener Aussage nicht mehr in der Lage, Activision-Titel exklusiv bei sich zu streamen. Microsoft hofft damit, die Kartellrechtler zu erweichen und den Deal noch bis zum bereits verlängerten Deadline-Datum am 18. Oktober abzuschließen. Andernfalls könnte alles nochmal neu verhandelt werden. Der neue Deal liegt der CMA jetzt zur Prüfung vor. Und dann noch Werbung in eigener Sache. Heute Abend fällt der Startschuss zur Gamescom. Auf der Opening Night Live wird die Kölner Messe eröffnet, mit jeder Menge neuen Infos zu neuen und bereits bekannten Spielen, die oft schon demnächst erscheinen. Wir begleiten das Event natürlich im Livestream auf unserem Twitch-Kanal, der heißt nebenbei jetzt auch wieder GameStar. Schaut euch den Eröffnungs-Stream mit uns an, live ab 18 Uhr geht's los auf twitch.tv slash GameStar. Und das waren die News für heute. Ab morgen gibt's sicher wieder jede Menge heiße News von der Messe und wir sind sowohl hier in München als auch in Köln vor Ort für euch. Bis dahin guckt euch doch vielleicht schon mal alle Titel an, die bisher für die Messe bestätigt sind. Oder ihr checkt auf GameStarTalk, Michas, Petras und Dimis Meinung zu den 100 besten Shootern aus. Wählt ihr immer weise. Wir sehen uns morgen wieder. Liebe geht raus!